Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei ArchieGaming, FloWin am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge, heute schon der zweite Upload, ihr könnt es sehen. Vorhin gab es schon die Andrea Basagli SPC, ja und jetzt geht es um die UCL Upgrade SPC. Heute machen wir 15 Stück, davon auf. Und zwar ist die SPC rausgekommen zu den Halbfinal Hinspielen der UEFA Champions League. Gestern lief ja schon Tottenham gegen Ajax, ja und jetzt gerade läuft noch Barcelona gegen Liverpool. Zweite Halbzeit hat gerade begonnen, 1-0 steht es noch, 26. Minute, Suarez mit dem 1-0. Ja und jetzt die Frage an euch, was denkt ihr, wie geht das Ganze aus? Wer kommt ins Finale? Schreibt mir gerne Predictions ab in die Kommentare. So, jetzt starten wir aber rein, nutzt den Upgrades. Wir kennen das von damals noch, tausche ein Team gegen ein Pack mit zwei UEFA Champions League Spielern und einer davon ist selten. Einen Tag und 20 Stunden läuft diese SPC noch. Tja und wir bekommen wie gesagt ein Pack mit zwei UCL Spielern. Findet ihr das Ganze lohnt sich noch, ja oder nein? Wenn wir jetzt einmal kurz zurückgehen, ich habe jetzt nämlich schon 14, seht ihr im Shop, 14 Packs vorbereitet. Das 15. machen wir jetzt zusammen. Und wenn euch das Ganze gefällt mit den Pack Openings und generell FIFA 9 in den SPCs, lasst gerne ein Abo da. Ja, 200 Likes gebe ich mir jetzt hier raus, also wäre natürlich nice, wenn wir so schnell wie die 200 Likes oder sogar die 300 Likes voll machen könnten. Also starten wir rein, schauen uns das Ganze mal an. Wir kennen die SPC wie gesagt noch von damals und alles beim alten. Genau Gold, die Spielerqualität selten mindestens sechs. Team Chemie mindestens 50 und Anzahl der Spieler im Team sind elf. Beim letzten Mal ist es tatsächlich am 10.4. gekommen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut und, oh mein Gott, fast das 1-1 von Liverpool bzw. ja, das Tor von Liverpool gerade durch Milner. Aber Testegen hält den Ball, ja. Und wir machen jetzt das fünfteste Set zusammen. Dafür gehen wir einfach in eine Mainliga, für mich jetzt einfach mal Bundesliga. Wir stellen Gold ein und dann lassen wir uns die alle hier mal ganz entspannt anzeigen. 83er, 84er und Hummels wollen wir natürlich nicht benutzen. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 hiervon. Und jetzt noch seltener raussuchen. Was haben wir hier am Start? So, ein Bruma. Wir haben ein Weghaus. Wir haben ein Da Costa. Morgen haben wir übrigens auch noch Frankfurt am Start. Das wird richtig geil. Und damit soll es das jetzt gewesen sein. Einen seltener haben wir natürlich vergessen, war ja klar. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch auf die Chemie kommen. Also wirklich eigentlich eine ganz entspannte Geschichte hier. Linke Außenverteidiger, LM, wir haben schon die Chemie erreicht. Wie viel können wir maximal rausholen? Ja, so lassen wir es einfach mal jetzt stehen. 69 Team Chemie, 77er Bewertung. Also Bewertung ist ja sowieso egal. Aber das ist das fünfteste Upgrade-Set der UCL. Also ganz entspannt kann man diese SPC abschließen. Bekommt er natürlich ganz entspannt hier. Einen UCL-Upgrade damit abgeschlossen. Und ja, wir gucken natürlich. Wir hoffen auf Pickluck. Das ist natürlich richtig geil, wenn wir da jetzt wieder was ordentliches ziehen könnten. Und falls ihr davon dann mehr sehen wollt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und aber ich denke mal 15 ist auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich. Was hat sich jetzt hier noch verkauft? Okay, bietet mir den Rest nochmal komplett an. Also 15 finde ich auf jeden Fall ordentlich. Macht ihr Sets davon auf. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. 15 Sets, wie gesagt, jetzt hier am Start. Und ich würde sagen, wir fangen hinten wieder an. Wir fangen hinten an. Also, erstes Pack in 3, 2, 1. Und komm schon, EA. Hau was Geiles raus. Wir hoffen natürlich, dass was Geiles drin ist. Oh mein Gott, wir fangen direkt mit dem Walkout an. Oh mein Gott. Erstes Set und direkt der Walkout. Wollt ihr mich verarschen? Belgien. ZM. Wer ist das denn, Deboin? Nein. Hey, wer ist es? Ah, naja, Golan. Natürlich. Belgien und Inter. Oh mein Gott, Leute. 86er an den Golan. Wir fangen direkt mit dem Walkout an. Das kann ja natürlich gerne so weitergehen. Warum denn nicht, Leute? Warum denn nicht? Hammer, Alter. Wie geil. Und ich habe das neue, habt ihr es gesehen? Ich habe das neue Champions-League-Trikot an, was wir gestern abgeschlossen haben. Das passt natürlich jetzt umso besser. Alexander Arnold, natürlich alle untradable, für die, die nicht Bescheid wissen. Trotzdem checken wir mal kurz ab, was kostet er. Ja, roundabout 50k. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ein 86er und Alexander Arnold. Also, zwei Spieler, die wir nicht im Verein haben. Also, anscheinend gut hinten angefangen, wieder zu haben. Machen wir das zweite Pack auf. In 3, 2, 1. Let's go, EA. Komm schon. Bitte, Mann. Bitte lass was Geiles dabei sein. Wir haben schon den Walkout. Eigentlich alles, was ich haben wollte, bekommen wir den zweiten. Das ist die große Frage. Können wir das Ganze noch toppen? Und das wird jetzt Hijai? Das wird Rechtsverteidiger von Neapel. Hijai. Ja, 82er. Wie gesagt, das sind die Champions-League-Karten häufig oder selten, die dieses Plus-Eins-Normal-Upgrade haben. Aber da sage ich euch nichts Neues. Aber wieder zwei Spieler, die wir neulich im Verein haben. Und dann bleiben uns jetzt noch 13 Sets. Mal gucken, ey. Ihr könnt ja mal gerne predikten in den Kommentaren, ja, was ich vielleicht sogar ziehe. Und in welchem Pack ich das dann genau ziehe. Ich glaube, das war jetzt kein Walkout. Ich habe natürlich kurz hier wieder aufs Spiel geschaut. Rechter Flügel. Ey, ist das... Jawohl. Ey, das ist doch nice. 84er, Lucas Vazquez. Nehmen wir natürlich gerne mit. 84er kann man nichts gegen sagen. High-Rated. Sehr, sehr nice. Was haben wir noch? Oh, 82er Citizen. Nice. Und guckt euch das an. Das lohnt sich richtig. Also, 84er und 82er. Sehr, sehr geil. Auch Citizen sind jetzt momentan natürlich durch die Top-Spiele, die ja noch draußen sind, etwas an Wert. Und da kann man sich... Falls ihr gar keinen habt, keine UCL-Spieler, natürlich jetzt ganz entspannt eure UCL-Spieler für die Top-Spiele zum Beispiel abholen. Top-Spieler SPC gab es ja gestern schon. Ist richtig gut angekommen. Falls ihr dazu noch das Video sehen wollt, checkt es, wie gesagt, am Ende des Videos ab. Oh, schon wieder jetzt hier. Schon wieder eine aus dem Halbfinale. Ein Liverpool-Spieler. Mal gucken, ob wir noch... Barca-Spieler war jetzt dabei. Tottenham-Spieler hatten wir noch nicht dabei. Ajax-Spieler auch noch nicht. Areola ist noch mit am Start. Und Moreno wird wahrscheinlich untradable sein. Jawohl. Dadurch, dass ich halt so viele Upgrade-Packs mache, immer wenn diese SPC rauskommt, habe ich ja natürlich viele, viele UCL-Spieler mit am Start im Verein. Und hoffe natürlich, dass wir hier primär wieder kein Walkout. Dass wir natürlich primär Spieler ziehen, die wir natürlich noch nicht im Verein haben. Das war natürlich... Oh, was ist das denn? Porto. Wie heißt er? Mbemba. 76er. Könnt ihr mal drauf schätzen, wie viele Walkouts werde ich noch ziehen? Einen? Wird es bei dem einen bleiben? Oh ne, lass mich bitte nicht... Lass mich bitte zwei Altern-Tradables. Immerhin ist einer. Ich dachte schon, beide sind untradable. Das wäre bitter gewesen. Zehn Stück haben wir noch. Ey, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das waren jetzt fünf Sets. Ein Walkout. Wenn mir jetzt... Ja, würde ich nicht nein sagen, ne? Aus fünf Sets immer ein Walkout. Hätten wir drei Walkouts in dem ganzen Video. Würde ich, glaube ich, direkt mal so unterschreiben. So, wieder kein Walkout. Schade. Komm schon, EA. Daumen drücken, Leute. Hashtag Packlack auch nochmal in die Kommentare. Russland, ZDM. Und es wird... Wer ist das denn? Tarasov. Ja, moin. Alles klar. Also, Hashtag Packlack in die Kommentare. Daumen drücken. Und wir bekommen noch Schmelzer. Mal gucken, ob Air tradable ist. So sieht es aus. Immerhin das. Sehr, sehr gut. Und neun Stück noch. So, drei, zwei, eins. Walkout ist da. Komm schon, EA. Ich fühle es. Jawohl, da ist der Walkout. Oh mein Gott. Mit Ansage. Zweiter Walkout. Und meine Stimme versagt. Ist es Jayco? Es ist Jayco. Come on. Let's go. Fünf... Ne, 86er natürlich. Logisch. 86er Jayco. Also, haben wir jetzt schon zwei 86er Walkouts gezogen. Und witzigerweise beide aus der Calcio A. Ja, würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall nice. Kostet ja auch. Aude baut 50k. Ich denke mal nicht. Äh, Naikuladen als Cent. Oh mein Gott. Das ist... Was? Ich dachte schon. Oh mein Gott. Aber nice. 86er werden wir bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Vor allen Dingen natürlich. Kann es natürlich auch sein, dass... Ja, nochmal diese UCL Premium Upgrade SBC kommt. Da müssen wir natürlich dann diese Spieler gebrauchen. Deshalb mache ich auch jetzt auch das Video dazu. Und acht Stück haben wir noch. Komm. Wieder Walkout. Back to Back Walkout. Ich fühle es. Let's go EA. Ach. Diesmal nicht mit Ansage. Mist. Schade. Und Liverpool drückt auf jeden Fall gerade gegen Barca. Und... Malcom? Malcom. Der nächste Barca-Spieler. Der nächste Spieler aus den Halbfinals. 84er gerateter. Sehr, sehr nice. Nehmen wir gerne mit. High-Rated-Spieler. Die brauche ich sowieso im Verein. Ich glaube, ich habe noch einen Tradable Rashford. Der ist der Einzige, der high-rated und tradable ist. Aber sonst... Matuidi hatte ich ja gestern gezogen bei den UEHA-Top-Spielen. Also da ein Mega-Walkout auf jeden Fall am Start gewesen. Ja, habe ich ja noch nicht verkauft. Und... Können wir noch auf die drei Walkouts hochkommen? Das wäre ein Träumchen. Das wäre echt mega. Brasilien wieder Stürmer diesmal. Ah, schade. Ich habe auch Rhesus gehofft. Und jetzt eskaliert es da in Liverpool. Er ist anscheinend ein Foulspiel gewesen. Ranokia. Was haben wir hier? Untradable. Schade. Kostet der was? Ne, der kostet zum Glück nichts. Ich dachte wegen der liegen-SPC. Aber natürlich nicht. Sechs Stück noch. Komm schon, Leute. Daumen drücken. Ihr wisst Bescheid. Da muss noch ein Walkout am Start sein. Dann bin ich zufrieden. Das wäre mega. Wie gesagt, die SPC nicht teuer. Oh. Leute. Es ist halt jetzt einfach Henderson. Es spielt gerade Barca gegen Liverpool. Und das Einzige, was wir hier am meisten ziehen, ist einfach Liverpool und Barca-Spieler. Alles klar. Ich glaube, hier ist schon der Zweite. Eben schon im ersten Set Alexander-Arnold gewesen. Was will man denn mehr? Dankeschön. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Perfekt. Perfekt-Link, Leute. Henderson und Alexander-Arnold. Oh mein Gott. Und der wird natürlich untradable sein. Brauche ich gar nicht abchecken. Aber das ist natürlich auch ein geiles Set. Also, das zählt eigentlich schon als Walkout. Auf jeden Fall ein Megaset. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich rede auch noch vorher von, dass wir hier nur Liverpool-Spieler und Barca-Spieler ziehen. Und dann ziehen wir tatsächlich hier den Perfekt-Link. Und jetzt wieder Bang-to-Bang. Den haben wir doch eben gehabt. Von Porto Mbemba oder wie er hieß. Komm schon, EA. Das kann doch nicht wahr sein. Bentalep. Wenigstens ein, den wir noch nicht im Verein haben. Den können wir direkt abstoßen. Wissen wir mal Bescheid. Und dann haben wir jetzt noch vier Sets. Komm, erstmal die goldenen Mitte hier aufmachen. Und Walkout. Na, schade. Komm schon. Einer noch. Bitte, EA. Bitte. Lass mal was dabei sein. Was bekommen wir jetzt? Deutschland. Innenverteidiger. Und das Kehrer. Das ist ein 79er-Kehrer. Müssen wir mitnehmen. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht im Verein, soweit ich weiß. So, sieht es aus. Und Gil Hermel. Tradable, untradable, untradable. Schade. Naja, vier Sets. Äh, drei Sets noch. Die Mitte wieder. Bringt sie Glück? Ja oder nein? Ach, schade. Schade, kein Walkout. Ist der dritte Walkout, lässt er sich noch... Oh, Brasilien. Ist immer interessant. Oh, Fred. Fred nehmen wir mit. 83er. Wieder ein High-Rated-Spieler. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt zu den Rückspielen nochmal so eine Premium-SPC. Zwei Spieler, die wir noch nicht im Verein haben. Perfekt. Und jetzt noch zwei Sets. Und hoffentlich ein geiler Walkout. Nein, schade. Hier kein Walkout dabei. Haben wir unser Glück bis zum letzten? Ich glaube, ich mache gleich einfach noch ein Bonus-Set. Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Korea? Let's go. Korea, 81er. So. Was haben wir im letzten Set? Machen wir noch ein Bonus-Set. Oh, da ist der nächste auf jeden Fall Halbfinalspieler mit Tottenham-Spieler am Start. Wings. Und, ja, letztes Set. Wir machen es auf. In 3, 2, 1. Come on. Yeah. Wenn das kein Walkout ist, mache ich ein Bonus-Set, sage ich. Ist kein Walkout. Schade. Machen wir also noch ein Bonus-Set. Hier im Video Nummer 16. Und die, die schon länger mit am Start sind, die wissen Bescheid. Nee, ne? Doch, es ist auch. Ich dachte schon. Ah ja, Henderson war ja ZDM, klar. Also, nächsten Liverpool-Spieler ziehen wir. Wir haben anscheinend echt eine Halbfinalsucht. Gelärme hatten wir eben schon. Ja, und für die, die schon länger mit am Start sind, die wissen, die Bonus-Sets waren immer am besten. Also, wir gehen wieder rein in die SPC. Bleiben wir in der Bundesliga? Ich würde sagen einfach ja. Gehen wir nochmal rein in die UCL-Upgrades und stecken hier Goldspieler. Mein Verein logischerweise. Und sechs von den seltenen Reihen. Und mal gucken, was wir diesmal am Start haben. So, also wen haben wir noch? Ut, Didavi, Plea, Jovic und Trapp. Und dann noch die ganzen anderen. Da fangen wir an mit einem Hermann, Oczipka, Müller. Hier hatten wir hinten noch. Harnix, Gelbrett. So, und Schalley brauchen wir gar nicht mehr. So, das auf jeden Fall jetzt die, die wir einsetzen. Jetzt noch die Chemie erreichen. Zack. Und stürmen wir in den Sturm. Und da haben wir das Ganze. Und jetzt kommt das 16. Bonus-Set. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Alles Sachen, die mich natürlich interessieren. Und ja, Basagli-SPC, wie gesagt, vorhin schon rausgekommen. Mal gucken, was morgen rauskommt. Übrigens, vor Tauschstils, ja. Sind noch nicht da, vielleicht kommen sie morgen. Wir müssen abwarten. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Aber wie gesagt, keine Angst. Die werden bestimmt kommen. Heute sind sie noch nicht gekommen. Und jetzt das letzte Bonus-Set. Ucl-2-Spieler-Pack in 3, 2, 1. Let's go. Komm schon, EA. Drei Ballcourts im Video. Aber der ist halt mega lang geladen, ne? Schock meines Lebens. Wer wird's? Linksverteidiger. Mondi. Mondi wird's. Haben wir auch noch nicht im Verein. 80er-Mondi. Nehmen wir gerne mit. Ja, und damit soll es das gewesen sein. Und da schießt... Oh mein Gott. Fast. Liverpool mit dem 1-1. Und Areola haben wir eben schon gezogen. Müssen wir leider diskaden. Ja, damit soll es das gewesen sein. Zu den Ucl-Upgrades. Zu der SBC. Ich hoffe, es hat euch rundum gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Support ist kein Wort. Zerstört den Like-Button. Und lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr generell an FIFA 19 SBCs interessiert seid. Vor allen Dingen, wie gesagt, an den Vot-Tausch-Deals. Dazu wird, sobald das Ganze losgeht, dann das erste Erklärvideo zu kommen. Und wenn ihr keinen Tauschspieler mehr verpassen wollt, oder Token-Spieler, besser gesagt, im Monat Mai, dann seid ihr genau richtig. Lasst gerne ein Abo da. Ihr verpasst da keinen weiteren Tokenspieler. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.